Was zum Teufel, was sind das für Viecher? Schade, ich dachte, die wären jetzt hier noch. Ich fühle mich beobachtet, so ein kleines bisschen. Ich hoffe, ich erkenne das gut, wo ich eventuell auch durch kann, durch Türen oder so. Schauen wir mal. Ein Roboter. Okay. Das ist aber ziemlich cool, dass ich hier auf allem rumklettern kann. Das ist schon cool. Wie viele Kameras es hier gibt. Help. Okay. Dann helfen wir mal. Follow me. Okay. Das ist interessant. Okay, so sehe ich das. Äh. Oh mein Gott. Das ist ja cute. Okay, ich habe hier überall Eimer, aber ich glaube nicht, dass ich mit denen irgendwas machen muss. Das zweite Mal könnten wir hier lang wahrscheinlich. Okay. Kann ich dann auch hier rumspringen, wenn ich so einen Eimer habe? Ja. Okay. Sherlock Kitty. Okay. Das ist ja hoch. Äh, ja. Löse ich denn damit was aus, wenn ich die Dinger runterschmeiße? Ich weiß es nicht. Schon ziemlich cool, ja. Ich glaube, darüber ist es ein bisschen zu weit. Ui. Follow me. Ich bin ja schon dabei. Okay, ja. Sehr. Läuft's ja. Also irgendjemand scheint uns auf jeden Fall zu lenken. Wer oder was es ist, weiß ich noch nicht. Muss ich das eigentlich abwechselnd machen oder gedrückt halten? Ich glaube, abwechselnd. Egal, wir waren hier. Wir sind ein Streuner, wir dürfen das. So. Zank. Das ist echt cool gemacht, ne? Das finde ich schon sehr, sehr nice. Gibt's hier oben noch was? Nö, ne? Oh mein Gott. Wer hätte das anders gebaut, ist die Frage. Mhm. Wo, wo? 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 Der hat aber nicht irgendeine Nachricht oder so, oder? An seinem Bildschirm, die ich jetzt eventuell gesehen habe. Äh, okay. Ich renne mal irgendwo hin. Auah! Auah! Äh, Moment. Oh Gott, das ist ja komisch gemacht. Daran muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen. Auf Shift Alt, um zu switchen. Okay. Interessant. Ey, warum... Ach, ich muss das mehrfach drücken. Oh, nicht gedrückt halten. Lass mich los! Weg mit euch! Das sieht aus wie so eine Art Zecken und fast, oder? Wenn du mich fragst. Was sind das für Viecher? Oh mein Gott! Hilfe! Lass mich los! Was ist das? Zur Hilfe! Flups! Klappst du auf dem Bohr? Komische Viecher. Und die ganzen, wo die zwei... Und zum Miauen? Hallo, ist hier jemand? Das mit dem Shift Alt ist gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ach, das Miauen ist ja nice gemacht. Ich sehe auf jeden Fall diese komischen Viecher noch irgendwo. Guten Morgen, Malcolm. Yes, wir sind ein Streunamen. Äh, da lang wurde ich mal gerade überhaupt nicht. Entlenkung ist auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich sehe auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Se kann ja auch. Ja. Die Glocke. Die Glocke. Fahen. Die Glocke. Ich würde gerne wissen, wer uns hier beobachtet. Die Kameras muss ja irgendjemand steuern. Hm, wie komme ich denn? Hä? Miaut das immer, wenn ich... Äh, guck mal, das löscht immer, wenn ich miaue. Okay. Okay, und die Frage ist, wie kommen wir da jetzt hoch? Ähm, da komme ich hier nicht hoch. Ich gebe mir einen Hinweis. Meinst du? Der zeigt mir hier die Kette, aber ich kann mit der Kette ja so nichts machen. Die Kamera da oben beobachtet uns. Ich kann mir schon denken, wenn das ungefähr funktioniert, aber wie soll das funktionieren? Da bestimmt nochmal... Okay. Was kann ich denn hier machen? Gar nix, oder? Dann springst du nämlich nur runter. Also, dass wir da hoch müssen, das, äh, sehe ich. Aber ich kann auch leider hier nirgendwo hoch. Ist da einen anderen Weg? Ist da wirklich, ja? Hm. Oder ich mache einfach diesen. Vielleicht benutze ich auch ein bisschen meinen Kopf. Minus so ein bisschen. Die Frage ist da unten. Ich kann eh nur in die eine Richtung runter. Ja. Dann gehe ich runter. Die schalten sich auch immer ab, wenn ich dran vorbeigelaufen bin, die Kameras. Das ist jetzt aber nicht nett. Äh, okay. Dann... Dann darfst du noch acht leben. Ja, ich... Weil ich nicht wusste, dass ich das mehrfach drücken muss. Aber da komme ich ja so nicht lang. Lass mich rüber! Warte mal, muss ich irgendwas rüberschubsen oder so? Oder da lang? So, das hat geklappt. Hallo, Guido. Willkommen, willkommen. Ah ja, das sieht ja interessant aus. Nur einmal, weil ich mit der Steuerung noch nicht kannte. Jetzt wird das nicht mehr passieren. Das ist schon richtig, was ich hier tue, oder? Oh, Leute, hast du gerade gesehen? Die Kamera hat uns zugenickt. Warte. Okay, ich glaube, die ist... ...auf unserer Seite. Ich spreche mit Kameras. Nice. Und Kutschnuffler, danke für den, äh... ...Follow, hello. Hey, gibt's ja so viele Möglichkeiten... ...was zu machen. Warte mal, erstmal guck ich kurz hier oben. Da ist erstmal nix. Ah, nicht, muss ich das nicht mitnehmen, oder? Mal abstellen hier. So, äh... Wir müssen... ...da durch. Ehe. Okay. Die Wohnung. Okay, wir müssen dann, glaube ich, gleich da oben lang. Wir können zumindest uns da oben lang. Brauch Hilfe. In welcher Wohnung sind wir denn hier? Von wem? Oder was? Kratzen, kratzen, kratzen. Oh. Körper für Donut erforderlich. Körper erforderlich? Das ist cool. Durch Türen gehen. Einschalten. Äh, okay. Äh, ha? Ich bin den ganzen Dach, das... Okay, jetzt können wir hier... Muss ich das irgendwo... Ah, äh, woran weiß ich jetzt aber nicht, oder? Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020